Ich finde es so schön, mit euch gemeinsam in den Wald zu gehen. Guck mal, die süßen Hasen. Und sogar zwei Wildschweine sind dabei. Wer kommt denn da hinten? Ist das etwa der Nikolaus? Ja, mein Kind, ich bin der Nikolaus. Ich habe sogar etwas für dich. Eine leckere Packung mit Keksen. Leider muss ich wieder gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Oh, der Nikolaus hat seinen Stab vergessen. Bitte, lieber Nikolaus. Schönen Nikolaus. Schönen Nikolaus. Schönen Nikolaus. Schönen Nikolaus. Schönen Nikolaus.